Hallo, was für dich zu meinem Leben? Ja, mein Leben läuft gerade nicht richtig auf der Kette. Ich hänge nachts vor der Konsole und komme morgens nicht raus. Gehe teilweise schon gar nicht mehr zur Schule, versäume das alles. Ich habe einfach nur Angst hinzugehen wegen dem ganzen Mobbing. Und die Lehrer checken das einfach nicht. Ich habe jetzt auch noch 60 Sozialstunden bekommen, wie in den ganzen Fehlstunden und sowas. Und wenn ich die nicht mache, schmeißen meine Eltern mich zu Hause raus. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe Angst, nur noch in die Schule zu gehen. Ich glaube, da bist du hier ganz wichtig. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der solche Sachen in der Schule hatte. Es gibt viele Leute, die hier auch nur einmal in der Woche waren und trotzdem den Abschluss gepackt haben. Ich glaube, das wirst du auch packen. Wenn es wirklich so viele Helden hier gibt, die von 0 auf 100 sich bessern können, dann werde ich das auch schaffen. Freue ich mich auf dich. Alles klar, ich bedanke mich. Wo bist du denn jetzt, Schockett? Ich habe einen Terminplan, wegen mir zu wenig. Wow, das bieb ich noch einen Termin. Mach aber kein Blödsinn, übernimm dich ordentlich. Ja, werde ich. Bist du neu hier, komm doch rüber. Brauchst halt nicht so alleine stehen. Wie läuft das hier so ab? Wir helfen dir im Leben wieder, was du erreicht. Guten Morgen, kommt rein. So, ich habe mich doch getraut. Ich ziehe die Nummer jetzt durch. った denn mit einem Platz⁣ tolle L Secistin. Boah-t Presidentialfocot – So, ich schaffst doch sicher. Liebe dich jetzt. Bez году ich nicht nach sotto 12, 4 GRÜNEN, bitte nicht nach hinten. breakup, weiß zu Ellen. communion Junge. Bleist hier überhaupt nicht.